Sankt man, lieber Sankt man, es ist noch nicht so weit. Wir sehen erst den Abendruß, ehe jedes Kind ins Bettchen muss. Du hast gewiss noch Zeit. Und nicht vergessen, abonnieren, kommentieren, die Glocke drücken, damit ihr nichts mehr verpasst. Und wenn euch das Video gefallen hat, einmal Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, abonnieren, kommentieren, die Glocke drücken, damit ihr nichts mehr verpasst. Und wenn euch das Video gefallen hat, einmal Daumen hoch. Dann will auch ich zur Ruhe gehen, ich wünsche euch gute Nacht.